hallo leute wie ihr wisst sollte eigentlich heute die erste folge unser neues projekt und mir doch leider habe ich am wochenende festgestellt dass mein steam account gehackt wurde ich versuche gerade alle anstrengungen zu unternehmen um diesen steam account wieder zu erhalten und dementsprechend auch dann diese spiele zu machen doch leider ist noch ungewiss wann es so weit sein wird dass ich an mein steam account wieder herankomme wie gesagt ich habe steam bereits schon angeschrieben und versuche gerade zu klären dass ich diesen account wieder bekomme deshalb verzögert sich leider die aufnahme wenn ihr lust habt könnt trotzdem mal bei skyis auf dem kanal bei youtube oder twitch vorbeischauen oder natürlich auch meinen ich danke euch fürs kurze zuhören würde mich über einen like freuen und einen netten kommentar von euch dankeschön bis zum nächsten mal